Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, und zwar soll es in diesem kleinen Infovideo einmal kurz darum gehen, dass wir heute Abend gegen 21 Uhr einen Stream auf Twitch starten werden. Unseren Kanal findet ihr über unseren, auch, also der Kanalname auf Twitch ist genauso wie auf YouTube, einmal Xperia Gaming 4K eingeben. Und schon habt ihr uns auf Twitch gefunden. Schaltet ruhig ein. Was wir spielen, werde ich jetzt nicht verraten, weil meistens wissen wir es zu diesem Moment selber noch nicht ganz genau. Dabei sein werden auf jeden Fall Lars und Paddy, wie in alten Zeiten. Und dann weitere Konsorten aus unserem Team. Also, schaltet ein, es wird spannend. Und ja, dann freue ich mich darauf und haut rein bis um neun.